Ayo Leute, ich bin's wieder, GYJT, Jervin Jorwin, James Thomas und wie ihr jetzt seht, packe ich das Puzzeln aus und trenne die Stapel und puzzle die Teile zusammen. Und das obwohl es innen und aus dem Kasten das Puzzeln getrennt durcheinander war und der Stapel getrennt natürlich auch. Und wie ihr seht, Puzzle liest auch perfekt super gut ein, ohne dafür eine längere Minute zu brauchen, perfekt teilzufinden, dann noch damit mit einem anderen Teil dann auch noch zu verbinden. Das geht sehr schnell mit dem Einpuzzeln, was auch gemacht wurde und jetzt puzzle ich es natürlich auch aus, ist ja klar. Und ja, wie ihr seht, warum sind das aber natürlich sehr leicht, ist ja klar. Das Auspuzzeln. Man muss ja nur die Teile nehmen, die eingepuzzelt sind und den Auspuzzeln dann auf Start legen, so wie ich es gemacht habe. Bei beiden Puzzeln ist es schwer, aber ich habe es noch geschafft. Aber wie ihr seht, funktioniert es. Jetzt nehme ich es in den Stapel und ein paar Kissen. Ja.